Ah, jetzt! Das Ping, äh, das war... Ja! Ja! Und dann gucken wir mal nach, was für sch... Da kommt was Böses! Schlagt jetzt zu, Krieger! Mineralien unserer Verbündeten werden angegriffen. Wir versuchen, diese Expansion zu sichern. Die Schwester vom Freund von meinem Cousin hat meinen Zerg mit mindestens drei Kumpen gesehen. Nicht genug Vespin-Gas. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Das war unter anderem eine der Sprüche, wenn man den BBF die ganze Zeit anklickt, die er dann irgendwann erzählt. Ah, okay. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Selbstverständlich! Unsere Verbündeten werden angegriffen. Mineralien fällt, erschöpft. Werden die angegriffen? Händen? Rechts bei dem Plan. Ah! Der hat nur noch einen Hetzger. Na? Als Gegner. Deine Jungs kommen nicht hierher, wenn du nicht hinklickst. Na? Kommt noch was? Ja. Wie gesagt, A drücken, Klick. Was sie so laufen. Ja, F2. Worauf soll ich ballern, Sir? Geht auf. Hey, man muss natürlich auch mal richtig tippen. Ja. Ja. Schon. Ich muss halt wirklich jetzt am besten vorne den Eingang verteidigen, bis er sich wieder erholt hat. Aha. Losgeladen und entsichert. Bingo! Benötige weitere Depots. Gut, wenn er weitere Depots braucht. Schlechte Neuigkeiten? Ja, ja. Er kann ich nicht bauen. Ich bin schon unterwegs. Er kann ich nicht bauen. Dann brauchst du eben die Eingang. Geil. So. Wir proben er den Pus. Wir haben eine gegnerische Basis entdeckt. Aha. Gegnerische Basis. Diese Basis gehört dem Gegner. Wir haben eine gegnerische Basis entdeckt. Jetzt geht's rund. Und dann brauchst du mal schnell einen Raumhafen. Hier komm ich! Darf sonst noch was sein? Nö, das reicht das mal. Kommt noch was? Dann ist der Raumhafen wohl fertig. Und du holst erst mal die Fahrzeugfabrik aus der Ecke raus. Und setzt sie hier vorne irgendwo hin mit, ähm, hier mit Tech-Labor. Fahrzeugfabrik. Das ist die, die du in der Ecke gequitscht hast. Lasst uns begegnen, die Macht der Kaler spüren. Ach, den Raumhafen. Nö, nee, Fahrzeugfabrik. Energie. Wir können hier etwas Hilfe gebrauchen. Die Uhrregen. Ah. Wir haben vier. Und elf. Die Basis sind die Streitkräfte, die hier in diesem Ort angreifen. Sayonara. Der Gegner hat hier eine Basis errichtet. Unsere Verbindungen werden angegriffen. Wir können hier etwas Hilfe geben. Woran soll ich ballern, Sir? Die Beweite werden nicht klar durchgestellt. Ja. 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 Die Basis unserer Verbündeten wird an unsere Verbündeten werden angegriffen. So. Oh, nur noch zwei Soldaten. Ja, das ist etwas doof. Mineralienfeld erschöpft. Ach, ich glaube, 7600 sollte erst noch reichen, glaube ich. Wie bitte? Na, weil ihr gerade gesagt habt, 7 und Mineralienfeld erschöpft. Was nicht passt, wird passend gemacht. 7600 sollte erst noch reichen. Machen wir in die Hölle Eis. 7600 reichen niemals lange. 7600. Ja, kann ich auch in kürzester Zeit verheizen. Mineralienfeld, wenn ich dann losgehen. Mineralienfeld erschöpft. Wie gesagt, mit dem Geld hätte ich dann, könnte ich für das Pingas, hätte ich schon längst eine richtig fette Luftarmaderflotte gesagt. Oh, machen wir in die Hölle Eis. Was nicht passt, wird passend gemacht. Ist ja nicht mein Geld. Wir müssen zusätzliche Ressourcen sich verhindern. Die Verbündeten werden angegriffen. Oh, du merkst, da könnte ich jetzt ein ziemlich ursprungsvolles Game. Ja. Du kannst ja auch gerne online so die... Aber sicher! ...gebäudeliste, so wie sie auch gesetzt werden, zum Beispiel eine PDF angucken oder raussuchen, wo du dann halt ganz genau siehst, du musst das und das und da machen, das und hier ist... Cool, der baut deine Echse zu. Ein blöder Dreckspot. Ja, ich hätte auch die, ganz ehrlich, schon die vor ihm bebaut und die andere... Mineralienfeld erschöpft. Die kann ich ja gar nicht so weit kommen lassen. Na, komm. Puh, die haben ja alle nichts zu tun. Joa, Heigen erschreckt! Joa. Verstanden! Joa. Was? Was liegt an? Jupp! Wappen! Unserer Verbündeten werden angegriffen. Unserer Verbündeten werden angegriffen. Ach. Der stellt mir hier alles zu? Epp! Das ist der Nachteil, wenn man langsamer als der Bot spielt. Ja. Unserer Verbündeten werden angegriffen. Hm. Können wir sie aufsammeln? Unsere Verbündeten werden angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Vielleicht ist es Feierabend. Kann ich KPD aufgeben? KPD, KPD, KPD aufgeben. Aua, da bin ich ja verhauen worden. Boah, das kann man so nennen. So. Okay, es ist so schön aus Niederlagen, lernt man. Ja. So. Ich kann verstehen, wenn du jetzt erstmal was anderes machen möchtest, dass dein Kopf sich jetzt erstmal mit den Sachen beruhigt und dann, dass man sich nachher nochmal die Baulisten anguckt. Ausgang für April ist null ab. Ja, eine Runde mache ich noch. Und dann schwenke ich mal um auf Subnautica. Ist ja schön entspannt. Jo. Standard. Zwielichtfest und Einsteiger. Ja. So. Ja. Was ist das? Sie können gegen KI-Gegner üben, um ihre Strategien zu verbessern. Ja. Das sind wahre Worte. WBF einsatzbereit! Schlechte Neuigkeiten? Beute bauen, Versorgungsdepot. Aber sicher! WBF bereit! Was liegt an? Nur zu! Shift, zwei, drei... Ja, kann ich nicht bauen! Na gut, dann halt dahinter. Ich versuche alles nicht so gequetscht in deine Ecke da herzukriegen, sondern wirklich die Gebäude, die einhalten, produzieren, dass sie ruhig ein bisschen Platz um sich herum haben, um die auch rauszuschmissen. Ah, okay. So, und das sind jetzt erstmal die Demos. Das sollte erstmal reichen. WBF einsatzbereit! Was nicht passt, wird passend gemacht! So, du kümmerst dich um die Kaserne. Beute. Beute. BBF bereit! Was wichtig hat? Das ist gut für die Abwehr. Ah, da hinten ist einer Wertschuh. Zwei sind Wertschuh. Sehr gut. Ich habe ein Versorgungsdepot, ich habe eine Raffinerie. Gut. Äh, fortschrittlich. Da brauche ich auch. Nicht genug mehr Spin-Gas. Beute bauen. Jawoll! Wird ja Macht! Nur zu! Wo ist denn das Gebiet, das ausführt, da? Ja, ja! Darf sonst nur was sein? Kapiert! Ich glaube, das war falsch. Ich glaube, da kommen sie doch hoch. Äh, hm, 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 dann haben wir hier noch einen Fre... ...Maschinen-Dock-Bahn-Raketenturm bauen. ...Wir gehen. Hm, okay. Was haben wir, einen fortschrittlichen... Gut, nehmen wir noch einen Sensor-Turm. Ah, da brauche ich auch 100. Ah, da brauche ich auch 100. So, dann bauen wir erstmal ein paar Leute, ein paar Marines. Und du gehst auch schon mal hin. Worauf soll ich ballern, Sir? Erstmal auf gar nichts. Abmarsch bereit! So. Kommt noch was? Warten! So. Ah, ich kann eine noch mal ein paar Brücke bauen. Jetzt geht's rund! So. Luftanheiten, so. Äh, Kaserne, die habe ich. Kampf, Waffenlager bauen. Passionskampf bauen. Raumhaufen bauen. Gut. Aber erstmal die... äh, Dings fertig machen. Losgeladen und entsichert. Anders einerweilen. Wir rücken aus und bleiben vorsichtig. Okay. Wir schnappen uns diese Expansion. Erweiterung fertiggestellt. Hennessas. Nach so stammig. Dann können wir es aber nicht wieder sehen.